Was bisher geschah. Da die Minis sehr reizbar sind, ist der erste Konflikt nicht weit und sie beginnen sich zu bekämpfen. Doch als die großen Kreaturen dazwischen gehen und den Streit beenden möchten, beginnen auch sie erneut zu kämpfen. Die Roboter werden mit mächtigen Waffen ausgestattet, denn am Ende geht es immer um die Superwaffe, auch bei den Minis. Oro hat alle Minis zusammengerufen, um seinen Plan vorzustellen. Lasst uns gemeinsam die Superwaffe holen. Und mit dem Master-Roboter ist der Kampf so gut wie gewonnen. Los geht's! Oh nein, ein Erdbeben! Na los, näher ran! Achtung, man sieht ja gar nichts mehr! Halt! Was ist denn hier los? Da oben, ein fliegender Schatten! Welche Kreatur erhebt sich aus dem Schattenreich? Der Schneewolf will die dunkle Gefahr eiskalt überrumpeln. Aber was ist das? Der Schattenlöwe hat magische Kräfte! Was passiert da gerade mit dem Schneewolf? Wow, was ist das für eine Macht? Was ist das für eine Koch-R ждet? Die Ginger-Test ist für die Freiheit. Was ist das für die Faculty-Reduktion? Was passiert das für die Oberodor, Ende?